Kommen Sie jetzt wieder hier an und setzen Sie ab. Nein, jetzt kommen wir nicht mehr. Kommen Sie jetzt schön hier an, Herr Läppli. Nein, kommen wir nicht mehr jetzt. Kommen Sie jetzt. Aber machen Sie mir jetzt nicht mehr, Herr Büsian. Nein, Herr Läppli. Machen wir jetzt gar gar nichts mehr. Jetzt sitzt Herr Läppli noch mal ganz schön zum Herrn Büsian. Ja, so. Herr Läppli, ich muss Ihnen jetzt noch ein paar Fragen über Ihre Familie stellen. Ja, die Fragen sind rum. Haben Sie Schwestern? Warum sind Sie noch ledig? Also, als eine habe ich, die noch zu Hause ist. Die würde Ihnen nämlich noch ganz gut gefallen. Aber die, die, die wucht ja verrückt um Sie rum. Sind denn alle Büsian oder so eine Spinnkaibe hier? Haben Sie in Ihrer Familie Topsüchtige, epileptische, schizophrenische oder sonst irgendwie grösserwannsinnige Mitglieder? Nein, solche Mitglieder haben wir keine. Doch, doch. Ein Schwager. Das sind Händler. Seitdem der Fleischpreis so gestiegen ist, hat er eine Minderheit den Glax verwischt. Minderwertigkeitskomplex. Ja. Warum? Weil er, weil er meint, seine Säuse sind jetzt mehr wachter Sache. Haben Sie sonst irgendwie hereditär Belastete in Ihrer Familie? Nein, militarisch Belastete haben wir keine. Wie viel ist zweimal zwei? Wie? Wie viel ist dreimal drei? Was? Wie heissen Sie? Ein Moment. Was haben Sie gestern Mittag gegessen? Kein Fleisch. An einem Freitag. Aha, aha. Herr Läppli, ich erzähle Ihnen jetzt ein kleines Geschichtli. Ein Geschichtli? Ja. Erzähle es Ihnen. Jawohl. Das ist ja klar. Passen Sie gut auf, Sie haben wir mir das Geschichtli nachher wieder erzählen. Aha. Also. Es ist einmal ein Fuchs gsi. Fuchs, du hast die ganze Gestoll, das kenn ich. Nein, es ist nicht das, Herr Läppli. Es ist aber ein altes Geschichtli. Es ist nicht das, Herr Läppli. Es ist nicht das. Ja. Es ist einmal ein Fuchs gsi. Ist es ein anderes Geschichtli? Ja, es ist ein anderes Geschichtli. Es ist einmal ein Fuchs gsi, der ging in den Wald spazieren. Noch hätt ihr auf einem Baum oben einen Rab gsi. Der Rab hätt einen grossen Käse in seinem Schnabel gehabt. Nehmt da eigentlich Käse. Das ist jetzt gleich was für einen. Das spielt keine Rolle. Will keine Rolle. Könnt auch eine Teilseite gsi. Das ist egal. Das ist völlig egal. Das ist egal. Unternehm. Oder ein Schabziger. Das spielt überhaupt keine Rolle. Unternehm. Oder ein Bobonzola. Das ist egal. Das ist völlig wurscht. Wurscht. Unternehm hätt ein Fuchs. Käse ist Käse. Ja, jetzt hör es ja mal auf. Unternehm hätt ein Fuchs. Oder ein Lienburg. Also jetzt langs. Ein Lienburg. Unternehm hätt ein Fuchs zu dem Rab gsi. Was gsi. Was gsi. Ja, ist es keine wurschtchtli. Nein, Herr Läppli. Es ist keine wurschtchtli. Hat er noch interessiert. Doch hätt. 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 Du bist jetzt aber ein schöner Vogel. He he. Du hättest jetzt aber schöne Federli. Federli. He he. Du hättest sicher auch ein schöner Stimme. Därabenstimme. A or a a a r a. Und der Noe hätt der Rab gsaiit. Was hätt der Rab gsaiit? Wenn der doch der Kse im Schnabel hätt. Kann der doch gar nix nedähän. Das ist es ja. In dem Moment, wo der Rabe den Schnabel aufgemacht hat, ist ihm der Käse am Boden gefallen, der Fuchs hat sich darauf gestürzt und ist auf und ab damit. Seid ihr sicher ein Schweizer Rabe gewesen? Eieieieiei! Kein darf so ein blödes Geschwärz rein und lässt den Käse fallen an, statt dass er ihn selber gefraten hat. So, Herr Leppli, können Sie mir jetzt als Geschichtchen wieder erzählen? Muss ich es jetzt erzählen? Mhm. Also, es ist einmal ein Fuchs gewesen und der hatte keinen Käse. Und dann ist er zum Schweizer gegangen und hat gedacht, den Schumpel kriege ich schon dran, dass er meine Käse gibt. Nein, Herr Leppli, es ist nicht so gewesen. Doch, im Grunde genommen ist sie doch so gewesen. He Was machen wir jetzt? Hey. Sie, Herr Lappi, Herr Lappi, Herr Lappi, was ist das? I, A, 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 I, A. Das war der Kanzang. Nein, das ist doch, hallo, Tati! Nein, das ist der Kanzang. Fräulein Flüri, schick es mir zur Nackspaziant.